Freunde der Nacht, es ist das Revival von Das Haus Anubis und Magnus spielt mal wieder alle Geschöpfe gegeneinander aus und liest gerade das Buch Das Genie. Elyx, wie ist es gelaufen? Schlecht. Delia hat gedacht, sie ist mit Kaya verabredet. Das Grinsen. Das Grinsen von denen. Wer macht denn sowas? Weiß nicht. Wer macht sowas? Es muss Kaya gewesen sein. Kaya? Ja klar, wer denn sonnt? Schau mal, der kussst du während der Stunde, Delia ist komisch zu ihm, er sieht dich als Bedrohung. Bedrohung? Für Delia bin ich Luft, Felix. Was habe ich dir über die Kunst der Verfügung erzählt? Schritt 1. Seduktionstheorie. Zurückweisen und schmoren lassen. Wie denn? Tja, wenn du Delia willst, müssen wir erst Kaya ausschalten. Ja, klar. Das klappt doch nie. Mit meiner Unterstützung schaffst du das mit links. Das kannst du mir glauben. Mit seiner Unterstützung. Aber als Gegenleistung für meinen Sachverstand erwarte ich eine Entschädigung. 50 Euro für das weiß. Es ist so eine Ratte, der Magnus. Aber man muss ihn einfach irgendwie lieben. Guckt euch dieses absurde Grinsen an von dem. Also Marc Dumitru ist so genial in dieser Rolle. Ich habe diese Serie als Kind geliebt. Für wahr. Geliebt, Freunde. Also deswegen auf meinem YouTube-Channel ein wenig die Eindrücke meiner Adventszeit mit dem Hause von Anubis.